Südwetter haben und Südwetter überall gleich, ne? Und Ostpasar ist das. Wir fahren, meine Damen und Herren, vom Osten nach Westen, auf der Palma, vom Tunnel raus und eröffnet sich wieder ein. Einmaliger Blick. Guck mal hier rechts drüben, da guckst du in die Kaserne rein. Das ist ein mega Vulkantrader. Riesengroß, ne? Und das ist jetzt die eine Seite. Der zweitgrößte Einschutztrad in der Welt. Bei dir was? 10 Kilometer. 10 Kilometer im maximalen Durchmesser und der Vulkantrad, da war mal über 4.000 Meter hoch. Ja, das war genau die Höchsterhebung vom Umland auf die Megaerosionen in den Tälern, weil da oben Eisgletscher damals drauf waren, ne?